Hallöche Leute! Let's come to the next Rutherbrodtail year! Beim letzten Mal hatten wir den Entdecker auf Level 3, das war schon ziemlich hart Und jetzt den Bormix, der ja kein Glück hat, den Glückspilz Auch für Level 3 Ähm, so, was sind wir denn für ne Waffe? Äh, ich nehm hier mal die Schleuder, zack! Und Schwierigkeit 3, und da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet Bum, bum Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt hier mal Glück habe als Glückspilz Äh, 4 Sekunden, da ist ein Baum! Ja, super! Das war schon mal gar nichts, will ich mal so behaupten Äh, die nächste Schleuder Neue Würfel Äh, davon will ich eigentlich gar nichts haben Also nochmal neue Würfel, da ist noch ne Schleuder Nochmal neue Würfel, die nächste Schleuder Äh, dann gehen wir in die nächste Welle Ups, Entschuldigung, das wollt ihr nicht Ja, die Frucht wollt ihr eigentlich auch nicht einsammeln Hey Schneller muss ich anscheinend auch werden Technik Äh, die Schleuder ist noch gesaved Äh, die Schleuder ist noch gesaved Hier für drei Köpfe war ich nochmal neue Würfel Äh, mehr Gegner nehme ich nicht Ich fand das mit dem Entdecker schon ziemlich schwierig Äh, ansonsten nehmen wir gar nichts Weiter Ja Oh Gott Ding ist voll langsam, wir brauchen Angriffstempo Nun gut, das Angriffstempo ist halt auch reduziert Äh, wo da manchmal welche sterben, äh? Ich bin da unten links in der Ecke Hier oben rechts sterben die Leute Hehehe Äh, kriegen wir hier noch ein paar Metz Da sind noch Metz Naja, immerhin 60 Reichweite, Lebensabzug, Tempo, Regeneration Neu Würfeln Fernkampf, Schaden Nachkampf, MaxLP Da nehme ich wieder Fernkampf mit So, vierte Schleuder eingepackt Äh, da verpasst mir eigentlich nichts Davon will ich ja auch nichts haben Da wissen wir jetzt hier mit dem Glück Ja, mehr Tempo, Glück geht ein bisschen runter Ne, nehme ich doch nicht Ich will jetzt mal Waffen haben Äh, so, nächste Schleuder Äh, das ist alles uninteressant Und weiter geht's Naja, ey Das läuft bis jetzt Auf jeden Fall, ist in meiner Fälle vier Aber besser wie beim Entdecker Waaah Hätten wir beinahe die Kugel gefangen Naja, 94 Schaden, Ausweichen, Glück, Rüstung Äh Äh, ich versuche noch mal ein Glück Ob ich Angriffstempo kriege Ja, leider nicht Fernkampf, MaxLP, Elementar Ernte Äh, nehme ich Fernkampf mit Heilgeschütz für 60 Gönne ich mir auch mal Äh, nochmal würfeln Hier, Sparschwein Packen wir uns mal ein Für die nächste Runde Dann sparen wir uns den Rest Und weiter geht's Naja, man merkt's Ich brauche unbedingt Angriffstempo Ja, ein Item, sehr schön Sehr guter Baum Äh, ich wollt's grad sagen Es gibt noch mal nicht Metz da oben Fünf Sekunden Wurde die meisten Metz Hier welche Äh, Alter Fünf Würde ist nicht eingesammelt Äh, ne, wollen wir nicht Naja, es ist hier bestimmt schon wieder Absicht Dass ich Angriffstempo nicht bekomme Pferdkampf, Lebensabzug, Glück und Ernte Äh, Pferdkampf Ey, ne blaue Schleuder Können wir uns leisten Sparschwein nehmen wir auch noch mit Neue Würfeln Äh, ne, davon passt mir eigentlich auch nichts Komm, einfach nochmal würfeln Ey, da ist wieder eine Schleuder Eingepackt Und weiter geht's Also mit so ein bisschen mehr Angriffstempo wäre die glaube ich gar nicht so schlecht Wurde nehmen wir alle mit Doppelte Metz Uh, das, äh, das ganze mal einfache Metz Äh, hier sind immer alle mit Und ab da, und zum Baum Sag, es ist wieder ein Item für uns Wunderbar Röו, die ganzen Metz über den 200 eingesackt den eagle wollen wir nicht den gift schlamm wollen wir nicht die schubkarre mehr ernte einrüstung runter kommt ihr den mal mit technik ernte max lp rüstung wieder hoch schleuder weniger schaden will ich nicht die nächste schleuder gleich zwei die kriegung wunderbar aber die erste vierer schleuder da ist noch eine schleuder kommt so langsam das glück zum wirken hier oder rat naja jetzt ist das hier richtig schon billiard die blöde zum metz einsammeln über die ganze karte eiern die ganze karte verteilt angriffstempo schaden geht allerdings runter na komm den könnte ich mir mal tempo max lp nahkampf elementar für zehn will ich nicht noch mal neue würfeln komm ich bin mir jetzt tempo die nächste schleuder kritisch auf sechs jetzt auf neun immerhin ernte mehr nehmen wir auch noch mit lp regeneration haben wir noch gar nicht glück haben wir eigentlich genug ne kommt nehmen wir den hier noch mit raketenwerfer atomraketenwerfer ich liebe raketenwerfer ich sperr ich mir gleich beide ich will die haben durchschlag schaden haben die doch ne 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 haben nur abraller und dann gehen wir rein hier wir müssen für die raketenwerfer sparen ja und diese charger hier die geht auch auf jeden fall viel besser drauf wie beim entdecker also dein item das ist wahrscheinlich mit dem glück dass mehr items in den bäumen gehen ok der charger ist schon wieder echt scheiße zack nix item nein genau rein genau waaah 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 spawnt auch direkt vor mir äh Baum wegmachen gab wieder ein item wunderbar waaah Ehh hr wieder vier items eingesackt ein gefährlichen hasen der ist natürlich mit ähh hier geht die reichweite runter ausweichen hoch und crit nach oben da kommt die nämlich auch mit verwerten ähh glück hoch brauchen wir nicht so jetzt gibt es mal mehr schaden crit ernte und ausweichen ähh schaden damit wir dann wieder in plus kommen So, äh, dann kombiniere ich hier mal einen lilanen, können wir mal einen Atomraketenwerfer, hier kombiniere ich mal so einen blauen, dann können wir den Raketenwerfer, und hier kriegen wir mehr Schaden, weniger Angröstempo, äh, schade, äh, nee, wir machen weiter. Ja, weg waren wir. So, jetzt könnte ich mal Explosivschaden gebrauchen, äh. Boom, 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 äh. Ah, das ist eine Schiene im Ex-Runde. Sehr eine Schiene. Boah, wir sind in die Ecke der Charger gelaufen. Noch ein paar Frischchen mitnehmen hier. Ah, lala. Also, das ist eine sehr schöne Mess-Runde. Da liegt noch jede Menge. Oh, sechs Sekunden, muss ich nicht. Ey, mal, 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 den Baum kaputt hier. Äh, Zahnrad, äh, Mütze, nö. Tempo, Max LP, ausweichen, Reichweite. Ich kenne jetzt mal mehr Max LP. Regeneration, Elementar, Ernte, Glück. Überernte mit. Das ist der nächste Raketenwerfer. Zack, haben wir den auch schon auf lila. Ja, so, und jetzt ein Cyber-Boy. Wenn wir Glück haben, ist das natürlich schön. Neu Würfel. Da ist wieder eine Schleuder. Und noch eine Schleuder. Äh, die und die. Mehr Schaden, weniger Angriffstempo. Ne. Äh, da geht nur Elementarschaden. Aber wir nehmen uns natürlich erst mit Explosionsschaden mit. Den Weizen sperre ich mir. Ähm, Entschuldigung. Ja, geht leider LP-Regeneration wieder runter. Aber Angriffstempo. Äh, kommt, den sperre ich mir auch. Oh, dann gehen wir rein in die nächste. So, äh, 11. kommt dann, Elite. So, äh, alles noch Doppelmerz hier. Ähm, ja, so ein bisschen krank ist er. Boah, mich ist immer noch. Aber jetzt wird's im Glück der See. Oh, die Bombeck. Hatta, hatta, hatta. Oh, das ist wahrscheinlich ein. Aber das ist noch tof, in dem es. Oh, noch hier, in dem ich in dem es. Naja, 533 Hälfte haben wir Ja, ein paar Tierchen für Ne, umsonst nehmen wir das mit Nahkampf, Fernkampf, Ernte, Elementar Äh, Pferdkampf Dann nur unseren gesperrten Weizen Unser gesperrtes Gifttonico Haben wir zwar nur noch 1 LP Regeneration Hoffen wir mal, dass wir wieder hochkommen Achja, und jetzt kommt auch noch der Elite Super Mehr Ernte, weniger Nahkampf Das ist immer gut Ey, jetzt haben wir hier noch eine Schleuder Und ein Ring der Selbstjustiz Boah, das ist ja alles toll Und ihr, das Wäre jetzt auch nicht schlecht Angriffstempo Ähm Dann werdet ihr kombiniert Nächste Schleuder Den Ring sperren wir uns auf jeden Fall Hier, bin ich mir jetzt nicht sicher Ich meine Konstruktion Habe ich nicht, aber Angriffstempo Ach komm Der wird auch gesperrt Weiter geht's So, jetzt Elite Da kommt er Welcher ist es? Ja, der natürlich Gibt's da eigentlich einen anderen Irgendwann mal Oder immer nur den Ich kann eigentlich noch Äh, noch froh sein Das ist nicht Kugelflucht Alter 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 Ein so ein Ding noch Und ich bin weg Da ist das Heilgeschütz Und ne Frucht Die kriegt wieder nicht down, alter Auf kalt, alter Ich bin froh sein Ich bin froh, wenn ich überlebe Alter Eingekesselt Immer nur weit weg von dem scheiß Freak, alter Und wieder durch den Laser gelaufen Und nochmal Naja Meine Fresse Das ist alles nett schön Nebensabzug ernte Angriffstempo Nehmen wir mit So, jetzt können wir hier doch mal das Angriffstempo erhöhen Jetzt sind wir schon bei minus 25 Jetzt können wir uns natürlich den Ring leider nicht mehr leisten Boah, Würfeln Nur scheiße Ey, ich spare mir die 155 Ah, ein Panzer Boah, Alter Überall die Schienen Doppelmetz Uah, 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 uah Uah Uah, da liegen auch überall noch Doppelmetz Die brauche ich alle noch Da auch noch Ja, so ein scheiß Patzer Nein, in den Charter reingelaufen Ah, mein Heilbeschütz Ja, das müsst ihr jetzt eigentlich auch schneller schießen Ne, alter 3 Sekunden Da werden wir nochmal heftig angenatzt 646 Äh, ne Gecko Baby Nö Benzitank Nö Technik LP Regeneration Ja, die nehme ich jetzt mit Dann haben wir mal wieder vier Jetzt aber den Ring der Selbstjustiz Äh, die scharfe Soße Die nehme ich auch mit So, da haben wir wieder eine Schleuder Die können wir sogar leisten Eingesackt Rest wollen wir nicht Nochmal würfeln Noch ein Ring der Selbstjustiz Kann ja nur gut sein Die Schleuder können wir nicht mehr gebrauchen Äh, den sperren wir uns mal Damit können wir dann wieder eine Rüstung ausgleichen Komm, den sperre ich mir auch Oh, weiter geht's Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Rüstung noch brauchen werde Oh, ne Die gehen auch schon schwer down Uah, weg hier Ich werde es doch mit dem Netz einladen Vorher können so viele Gegner rumlaufen, dass ich das nicht mehr schaffe Äh, mal scheiße, ey Wenn der mit den Lasern einen einkesselt Da kommt noch ein Charge Jaaaah Äh, la 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 Ich laufen durch die Mitte hin, weil da liegt nichts Äh, kommt wieder so einer mit den Lasern Wenn ich einkesseln will Oh, der Charge hat es richtig ja bestimmt LP durch Verbrauchsgegenstände hergestellt Komm, gibt's eh nur 11 beim Verwerten Ne, nehmen wir mit Ja, jede übernächste LP Regeneration mit Dann haben wir schon 8 Ja, jetzt hier Rüstung runter Rüstung auf minus 1 Mehr Schaden, weniger Reichweite Nehme ich auch mal mit Nochmal würfeln Das ist scheiße Nochmal würfeln Hier, die Silberkugel gegen die Bosse Die Reichweite gönne ich mir noch Dann macht der Raketenwerfer die vielleicht schon eher weg Und weiter geht's Oh Gott, ja, ich habe keine schnelle Waffe, nur langsame Nein, die Frucht wollte ich doch gar nicht Oh Gott, das ist es wichtig Ich hab auch mal mit den Zwerken Oh Gott, das ist es wichtig Nein, es ist es wichtig Ich hab immer noch mehr Ich hab mich ein wenig geoffert Oh Gott, nein Ja, aber die hat er gefangen Oh, dann hab ich auch nen Charger Der war auch knapp So, wir haben wieder volle LP Dann können wir jetzt den Frischchen wieder ausweichen So, die Welle haben wir auch Nee, die Schnecke wollen wir nicht So, mehr Schaden gegen Elite und Bosse Hmmmm Nee Den Rest kann ich nicht gebrauchen Würfeln Das kann ich auch alles nicht gebrauchen Nochmal würfeln Schade, dass das kein Lila ist Ja, nochmal würfeln Ich weiß nicht Ich spare mir die 215 Ach, den scheiß Leatherbrief weg, da würde ich an die Metz kommen Da liegen wir mal in jede Menge Da haben wir erstmal ein paar Kugeln angerauscht So, das wird jetzt deutlich mehr werden Weil überall Freaks rausgespront sind Eieieiei Nein Ach, zum Glück ausgewichen Was hier die Angriffsgeschwindigkeit ausmacht, ne Weil die platzen würden Wenn ich richtig schöne Angriffsgeschwindigkeit hätte Bei den Raketenwerfern Naja, 647 Ein Coupon, den nehme ich mit Fernkamp, Ernte, Angriffstempo Zack, wir sind bei minus 15 Äh, Alter Jetzt bietet er mir hier mal richtig gute Sachen an Äh, den nehme ich mit Explosionsgröße Ich habe Sosse, den war auch mit Den Rest nicht So, die Schleuder brauchen wir nicht Äh, das brauchen wir wieder alles nicht Nochmal würfeln Alter, wieder nur kacke Gönne ich mir mehr LP Regeneration Weniger Glück, äh, ja War 29 neue Würfel Ne, spare ich mir Äh, rote Ne, so mit so richtig schöne Explosionsschärten Und so ein bisschen schneller Zack, der wird hier richtig ordentlich geplatzt Von den Allianz Das brauchen auch noch mal richtig viele. Amba 850, nicht schlecht. Angriffstempo, geht zwar Schaden runter, aber nehmen wir mit. Wir sind schon bei Minus 5. Glück, Tempo, Elementar, Technik. Würfeln. Angriffstempo 15, wir sind 10 im Plus. Das ist doch wundervoll. Alienauen. Nehm ich mit. Heilgeschütz nehme ich auch mit. Neu Würfeln. Ey, wir haben uns geschleudert. Alle auf 4. Elementar, Nahkampf und Fernkampf geht auch runter. Da krieg ordentlich ausweichen. Äh. Ja, es skaliert zwar mit Reich, äh, mit Fernkampf, aber da geht mir die Reichweite ein bisschen zu doll runter. 32 mal Neu Würfeln, höf ich auch nicht. Komm, drehen wir in die 17. Sparen wir uns unser Geld. Können wir ja ein bisschen zinsen. Äh, ein roter Panzer. Kann man. Ne, er hat zum Glück ausgewichen. Wieder ein roter Panzer. Äh, verdächtig nahe Rang. Da ist doch noch Doppelman. Roter Panzer und mit Laser Free kombiniert. Äh, jetzt wird die Karte langsam voll. Bäume. Äh, 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 äh. Oh, was sozusagen, äh? Roter Panzer wieder. Äh, haben wir. Na ja, 114 Metz haben wir liegen lassen. So, Ernte, Nahkampf. Zack, der will auch mit. Öh, die Tasche. So, ja, das ist natürlich ein super, äh, Ding. Allerdings die 272 jetzt für noch drei ausstehende Wellen. Ne, da sammle ich die Metz lieber selber ein. Jetzt sparen wir uns. So, hier geht Regeneration runter und Lebensabzug dafür. Rüstung und Technik nach oben. Ne, nehmen wir auch nicht. Äh, weiter. Das ist auch alles, äh, scheiße. Nächsten. So, Projektiere erhalten. Nein, Abpraller. Ne, brauche ich nicht. Meine Schleudern haben schon Abpraller. Äh, nochmal würfeln. Wieder den falschen Raketenwerfer. Dann nehme ich mir jetzt hier als Halbenschutz noch mit. So, für 41 würfle ich nochmal neu und dann würfle ich nicht nochmal neu. Ja, prima nochmal grenzmagisches Blatt, ey. Das ist auch wunderbar. Ich meine, bringt jetzt nicht mehr so viel, äh, weil nur noch drei Wellen kommen. Und, naja, nur noch zweimal wirkt das Ding. Nehme ich mir trotzdem mit. Äh, ja. Die 371 gespart. Uäh, äh, alter, war das schnell. Was? Was war denn das jetzt? Oh Gott, der wird so viel Schaden geben, alter. Ach ja, ich weiß kaum, wer mir so viel Schaden geben konnte. Weil wir in Gefahr drein sind. Ich muss nicht mehr schaden. Gibt's hier umher Schaden? Da liegen überall noch doppel Matz. Kugel. Ey, ich möcht mit meinen wenigen AP nicht so ne Kugel fangen, ey. Äh, lalala. Da kommt wieder Kugel. Guck ins nach dir. Da liegen noch jede Menge Matz. 916 wieder ja den tentakel hier für umsonst ne warum nicht lp elementar nahkampf lp regeneration alles scheiße ey wir kriegen zumindest den atomraketenwerfer olorov hier der geile max lp lebensabzug krit nur runter zackt ihr nämlich auch noch mit ja die sperren muss noch niemal für die letzte welle und den und die kümmer so aber können zwölf schaden mehr klar und weiter geht's jetzt kommt hier ein ganzer mob auf die zaube von ganz fiesen figure ganz viel geplatzt rote laser roter charger macht euch weg lasst mich an ruhe angenutzt und nochmal angenutzt überhaupt früchte heilgeschützt da ist ne frucht da ist ne frucht so jetzt bringt mir der ring der selbstjustiz ja auch gar nichts mehr also weg ja das kann ich glaube ich ganz gut gebrauchen nochmal würfeln nochmal würfeln nochmal würfeln nochmal würfeln nochmal würfeln wenn ich jetzt würfel haben wir noch 160 wie siehts jetzt aus auch nur scheiße ey ich hab noch über 100 wenn ich nochmal würfel ob mir das was bringt ist die frage nein es bringt mir nichts die krieg ich auch nochmal würfeln ey wir können uns hier ein auf technik geben ist das nicht toll ist das fleck ey das ist flecky da hat's erwischt ja ja das waren ganz viele flecken weil er ist wieder erwischt ist mir egal ich bleib dabei flecky ist besser wie kugelflick weh der hat mich erwischt nochmal wtf zum heilgeschütz zum heilgeschütz rieber flecky ich hab mir 730 Sekunden flecky du musst mal herkommen sonst krieg ich dich dich down tja müssen wir die zeit ablaufen lassen zent n n alter kriber flecky oder kriber flecky nicht ey neuan sekunden wir haben flecky ganz zum schluss noch bekommen habt ihr das gesehen wunderbar die runde war auch nicht gerade einfach Die Waffen zumindest fast alle auf 4 bekommen, außer den einen Raketenwerfer hier. So, was aber neu bekommt, den Glücksbringer. Naja, gibt mir mehr Glück. Weniger Nahkampf, weniger Fernkampf. Wäre ich wahrscheinlich so gut wie nie nehmen. Items hätten ein bisschen besser sein können, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich wieder ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns auf dem nächsten Mal. Bis der Neu und Tschaui.